Ich bin jetzt gerade an der Buchhalbstelle. Heute ist Donnerstag. Heute ist ja schon fast quasi eine Woche des Praktikums um. Guten Morgen meine Lieben. Ich hoffe ihr könnt mich an der Buchhalbstelle. Heute ist Donnerstag. Heute ist ja schon fast quasi eine Woche des Praktikums um und ich nehme heute mal die Vlogkamera ein bisschen mit ins Praktikum. Ich habe gestern aber auch schon gefragt, ob ich das überhaupt darf. Aber die haben da nichts dagegen. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme euch mal mit. Übrigens tut mir das sehr leid, falls im Moment viele Vlogs kommen. Aber ich weiß nicht, ich mag das im Moment total gerne, die Kamera mitzunehmen. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet oder eher weniger gut. Mal schauen, was ihr da so antwortet. Und ja, hier fahren ganz, 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 ganz viele Autos. Deswegen ist das hier so laut. Aber okay. Ich warte jetzt auf meinen Bus. Dann war ich bis zum Bahnhof und dann gehe ich noch Frühstück und hol mir noch irgendwie Kaffee oder so. Und dann geht es los mit der Arbeit. Wollte ich noch irgendwas erzählen? Ich glaube nicht. Das war es also bis jetzt ungefähr. Und komischerweise habe ich gestern festgestellt, dass meine Speicherkarten alle kaputt sind. Außer eine. Und deswegen hoffe ich, dass ich bald mir neue Speicherkarten kaufen kann. Und ja, ich rede immer nur Müll. Oder jetzt wieder nur Müll. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns später. Und ich sehe im Moment so aus. Also ich finde, es geht voll. Wir sehen uns dann später. Und ja, bis dann. Was machst du denn? Der chillt. Der Chiller. Ey, Lasse, du bist jetzt berühmt. Ist jetzt nicht klar. Kann ich gar mal sehen? Hey, guck mal, da kommt die Eva. Ich habe deine Sachen mitgenommen, weil wir sollten die wegtragen. Eva, du bist schon aufgeregt. Ja, voll aufgeregt. Lasse. Lasse hat alles von H&M. Ich mache mal so ein Haul von Lasse. Lasse hat hier so eine coole Jacke. Hier steht. Mach mal hier so. Cool so H&M. Und die Jacke. Ja, bestimmt aus der Kinderabteilung. Ach, Harim. Basics. Nein, Basics. Aber ich glaube, ist die Basics. Ist die Basics. Ist die für beide oder nur für einen? Ich weiß nicht. Ich kenne das nur für Kinder. Hä? Was? Nein. Ach ja. Bist du schon aufgeregt? Bisschen, ja. Aber es kommt ja keiner. Von daher kann ich mich nicht blamieren. Hä? Wer kommt denn von dir? Gar keiner. Nicht? Von mir kommt wahrscheinlich vielleicht jemand, aber... Mein Schwiegermonster hat keine Zeit. Mein Schwiegervaters arbeiten. Mein Freundes arbeiten. Das ist geil. Es gibt ein Copyright Story, das ich zeigen darf. Was? Es gibt ein Copyright Story. Warum? Weil man die Lieder nicht zeigen darf. Ach ja, aber das hat man bestimmt nicht gehört. Weiß ich nicht. Eh nicht. Ich muss auch was trinken hier. Also ich fand das von Dunja voll gut, was sie vorgelebt wurde. Das war von viel. Ja, das war gut. Ich finde Portraits dann richtig, richtig cool. Und ich bewundere es mega, wenn das jemand so richtig krass gut kann. Also echt crazy. Manchmal reden sie ja ganz schön. Das kannst du euch zeigen. Doch. Von der Marke XY ist das. Die Eva, die trinken Gerolsteiner, was auch immer. Das war schon episch, ne? Mit Linné. Nein, das heißt Linné. Mango, Grapefruit, sei, 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 was? Feinfruchtig und sanft prickelig. Ich glaub, nee, ich muss mal... Das war ziemlich. Hm? Das war voll episch. Bekommt wer von dir? Ja. Wahrscheinlich. Deine Mama? Lebensarten. Die kann nicht kommen. Ich hätte voll gerne gewusst, wie deine Mutter aussieht. Nein, sie hat keine roten Haare. Ich weiß nicht, ob sie mir ähnlich sieht. Kann sein. Nein, sie sieht sie mir nicht. Hast du deine Mama schon gesehen? Wenn Lass du das sag, dann halt nicht. Ne, die hat braune Haare und keine roten Haare. Also von daher. Was hat denn dein Vater für eine Haarfarbe? Blond. Ja, weil man immer sagt, dass blond und braune gibt rot. Echt? Hat meine Mutter auch gesagt? So rot und braun oder rot und blond? Keine Ahnung. Wenn die Kinder dann grüne Haare oder so? Vielleicht. Du bist ein Alien-Kinder. Danke. Eva. Mit Lasse. Lasse ist der Vater. Auf jeden Fall. Sag einfach ja. Nein, sag nicht ja. Sag nein. Ich war auch gesessen. Das sieht etwas pervers aus, wie du da sitzt. Ja. Ja, das kommt aber nicht ins Video. Doch. Sag mal hi. Hi. Wie ist es so aus? Wie geht's? Meine Freunde? Meine Bros? Meine Follower? Alles klar. Ich finde, sowas steht mir voll nicht. Also so Mützen, meistens so. Sind die Schuhe eher dein Geschmack? Nein. Wem gehören die? Die stehen hier rum. Die haben sogar so ein richtig altes. Ich glaube, das ist richtig alt. Mach mal auf. Guck mal ab. Nein. Sag noch mal. Nein. Ih. Voll. Hättest du dir auch nicht ins Gesicht halten. Ich bin ja nicht. Ey. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020